Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute bei BNI. Ja, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist heute die Gründungsveranstaltung in Regensburg. Und viele Unternehmensberater, Speaker sagen Netzwerken und sagen auch, BNI ist das optimale Tool. Deswegen schaut mir das heute Morgen einfach mal näher an. Und ihr seid in diesem Video mit dabei. Guten Morgen, liebe Gäste zum Unternehmerteam Valhalla. Heute haben wir Gründungsveranstaltung hier im Merkur Hotel in Regensburg. Ja, schon bei der Begrüßung steht alles im Zeichen des Netzwerken. Sobald man in den Raum betritt, wird man begrüßt, man wird connected, man wird gefragt, was man sucht und was man benötigt. Und dann gibt es erstmal einen Kaffee und was zu frühstücken. Man sucht sich sein Plätzchen und dann dauert es auch nicht lange. Es geht los und das Kernstück jeder Sitzung, jedes Treffens sind die persönlichen Vorstellungen. Und da haben sich einige richtig was einfallen lassen. Vorne ist dann auf der Baustelle umsetzen. Ausdechnik, Schamanko. Bei Bad, Heizung oder Klo. Der Peter hat das passende Rohr und den passenden Abfluss für Sie. Ob groß, ob klein. Wir machen überall ein schönes Fenster rein. Macht das besser. Natürlich darf es auch zu einer Grand Opening. Keine Torte fehlen, die wurde natürlich angeschnitten. Und im Anschluss wurden noch kräftig Visitenkarten ausgetauscht und Business gemacht. Wow, was für ein Frühstück. Das waren jetzt 160 Unternehmer zu einem Frühstück, die alle irgendwie sich empfohlen haben, die Umsatz gemacht haben. Da geht was. Das macht richtig Spaß. Ich verstehe mittlerweile, warum die ganzen Coaches und Trainer und die Speaker immer wieder sagen, hey Leute, Netzwerken, das ist das A und O. Das stimmt auch. Und warum BNI auf Platz 1 ist, verstehe ich jetzt auch. Hat mega viel Spaß gemacht. Das gibt es weltweit. Sicherlich auch in deiner Stadt. Und wenn du mal in Regensburg vorbeischauen willst, dann schau unten mal in die Infobox. Da verlinke ich euch einfach mal das Chapter, in dem ich es war. Und ja, vielleicht schaut euch das einfach mal an. Ganz lässig beim Frühstück ein bisschen Umsatz machen. Neue Kontakte knüpfen. Man weiß nie, was draus wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch. Da ihr wisst, Support ist kein Mord. Deswegen hier draufklicken und abonnieren. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.